So, Tides of War. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier draufgeklickt habe. Wenn du die Elimno-Saritätskisten platzierst, ich hab keinen Plan, was ich hier machen muss. Hier draufklicken. Uh! Ressourcen sind im Battlefield 5 nicht unbegrenzt verfügbar. Sorge dafür, dass dein Soldat und sein Fahrzeug voll ausgerüstet und kampfbereit sind. Nein, ich laufe immer mit einem leeren Magazin auf alle. In einer Sanitätsversorgungsstation holst du die Gesundheitstaschen. Du erhältst sie auch von anderen. Oder aus Sanitätskisten, die ein Sanitäterspieler platziert hat. Stell dir deine eigene Gesundheit zehnmal wieder her. Kann ja nicht so schwer sein. Ich hab's da schon wieder her. Ja, ist ja gut. Machen wir. Ja, ist ja gut. Machen wir. Dann hört sich das heute, dann musst du deine Spielweise ändern. Aber auf keinen Fall. Nein, ich wollte doch auch was zum Fahren haben. Ich bin Sanitäter. Nein, ich will kein Sanitäter. Sanitäter ist gay. Wir lassen dich nichtَ rechnen. Machen wir nicht mit. Leer Meenli. Danke. Hey, was soll das denn? Oh nein. Ich steh hier einfach mal rum. Na gut, dann warte ich jetzt. Das wird der, wo man nicht mit Flieger hinkommt, oder? Bisschen schneller stellen alles. Steuerung. Soldatensticken. Nein, nicht Soldaten. Wie kann ich denn in Fahrzeugen? Nein, der hat mich angehangen. Warum? Wir haben Ziel Dora eingenommen. Warum tutest du das? Erster Gegner erledigt. Ja, danke. Nett von dir. Ja, das war nice. Netter Typ, Mann. Ziel Emil gehört jetzt uns. Alter, kommt was. Ah! Alter! Alter! Bärmüge! Bärmüge! Ich hab Pfeffer. Der Feind hat die Kontrolle über die Schlacht. Der Ober ist eine Zieler. Der Abel ist Friedrich verloren, Soldaten. Nein. Ich treffe ihn nicht. Warum nicht? Nein. Ich höre was. Wir haben Ziel Cäsar erhoben. Wir haben Ziel Bersa erhoben. Na Zeit. Ja! Es ist nur 180 Meter entfernt. Da ist ein Freistiel immer so. Mein Gott, was ist denn jetzt? Oh nein. Ich muss meine Einstellung ändern. Oh nein, da kommt schon wieder was an. Das sinnvoll ist. Ich schieße die Flöten, die in die Flöten-Gerbare Zeit wurden. Oh, der hat mich gut getroffen. Mann! Okay, warte mal, ein Fahrzeug. Ich muss die Option doch noch ein bisschen schneller stellen. Oder beziehungsweise ist Fahrzeugstick. Fahrzeug-Maus-Zielempfändigkeit. Die muss höher. So, kann ich jetzt hier spawnen, oder was? So, kann ich auf dem Feuer kommen. Ziel, Anton, erhoben. Ja, Gobi. Das ist Rappen. Aaaaaaaaaahhhh Pusser! Auf dem Torrück, man! Warum?! Wir müssen das Ziel verteidigen! Wir müssen das Ziel verteidigen! Wir müssen das Ziel verteidigen! Aaaaaahhh! Wir müssen das Ziel verteidigen! Wir haben Zielfriedrich verloren Schnell rein, Junge Ich springe von der Leiter? Nein, aber auf keinem Mann Und nichts Ich sehe da nichts, Alter Ich sehe da nichts Komm wo? Komm wo? Komm wo? Mann, er ist hochgekommen Mach um Ich sehe da, ich sehe da Ich sehe da Ich sehe da etwas Ich sehe da etwas Ich sehe da etwas Ich, ihr habt doch hier irgendetwas gesehen Wir sind in der Sanktis. Wir sind in der Sanktis. Wir sind hier. Scheiße, ist im Weg. Ich sehe nichts. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er hin? Das ist ja immer noch zu lang. Was ist das? Ich weiß nicht. 1.600 dpi. 1.600 dpi. Irgendwie ist das Gebäude ein bisschen im Weg hier. Scheiße man, das Gebäude ist auch noch im Weg. Kannst du nicht wegflachen? Was ist das? Was ist das? Okay, Baby. Ah, verdammt. Ist das von hinten gekommen, oder was? Oh Gott. Sturm angriff! Nein! Ah! 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 Wir brauchen Sanitäter! Wir brauchen Sanitäter! Ich bin doch euer Freund. 豈er! Ich komm hier, los! Ich komm hier. Versorg deine Hunden! Hunde auf die Infos! Hunde! 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 Warum?! Nein, hier laufen überall im Gebäude rum, Mann. Ich muss mich auch noch 10 mal heilen oder so. Ich muss immer noch schneller stellen, das geht alles nicht. Steuerung oder Datenempfindlichkeit. Bäm, bäm, nehmen wir mal 30%. Und Mausempfindlichkeit bei Fahrzeugen, nicht mal sowas. Ja. Spawn. So. Wie sieht es jetzt aus? Oh mein Gott, es kommt ja noch von hinten. Why? 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 Come on. Ich hab ihn doch gehört, Mann. Aber dann würde ich schauen, der ist gut. Der ist so permanent. Der ist so. Ich hab' zu schnell verflogen. Oh mein Gott! Ich hab' da jetzt wieder zu schnell! Bin ich vorbei gefahren? Gezuppelt? Oh man, ey! So, was haben wir hier? Müll? Will ich nicht fahren? Will ich nicht fahren? Will ich benutzen? So, das ist einer von uns. So, hm. Und jetzt stehe ich hier. Jetzt muss mir einer mal verraten, wie ich bitteschön dieses Ding ziehen kann. Womit? Hiermit vielleicht? Jetzt war ich irgendwie stark zu bezweifeln. Kann ich das hier mit ziehen? Ich weiß es doch nicht. Wir haben viel Cäsar verloren. Wir haben viel Berthaerober. Oh nein, die sind die Geilwäsche. Die sind nicht unter. Das ist ein bisschen? Wir haben einen Busch. Ich bin auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall. Das ist ein bisschen zu sehen. Die erste ist geschafft und wir haben die Oberhand. Die erste ist die Oberhand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, dann hängen wir einfach mal hier ab, ne Runde. Da kommt einer. Okay, der ist nicht so lange geflogen. Da kommt noch einer. Was denn hier ist? Warum roll ich? Was denn? Warum bin ich? Kaffi, mein Geschütz rollt weg. Ich bin nicht so lange geflogen. 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 Geh weg! Blödes Fahrzeug. Muss doch mal einer mit hier. Ich werde hier dran hängen. Weil hier dran hängen. Das sieht gut aus. Ist ja cool. Okay. Lindsay, wir haben Ziel Anton verloren. Viel besser als jetzt in unserer Hand. Ah. Nein, was ist das für ne blöde Fanta-Dämmel. Verdammt, das ist nicht hier drüber. Oh was, wir fangen ins Haus rein. Oh, naja. Oh man, geschafft. Oh, das ist los mit euch, wir haben die Gefühle nicht verloren. Oh, wir sind da unten, das wechseln wir lange. Ich bin mal hier. Ja man, ich komme. Hier ist der Junge. Oh, jetzt kommt einer von da, einer von da. Ja, ich will schnell. Warnung an Einheiten, wir haben Ziel Cäsar. Ich bin getroffen. Hilfe! Ja, ja. Danke. Ziel Friedrich gehört uns. Wir haben jetzt nur was anderes. Das hier? Ähm, Juma. Ja. Fürchtraum ist ja nicht so viel übrig geblieben. Geweilsam gewinnen wir! Wir haben Ziel Emil verloren, Soldaten. Ja, ich würde eher nicht verlieren. Woher ist sie? Nein, jetzt. Ich hab das Ziel erobern. Ich hab das Ziel erobern. Ziel Zohar gehört uns. Der Raad ist ein... Ich hab das Ziel erobern. Böse Jungs! Böse Jungs! Nein, ich wurde von den Trümmern vom Turm erschlagen. Rettet mich doch mal einer. Ich lieg unter der Glocke. Warum? Scheiße! Helft mir! Helft mir, ich lieg unter der Glocke. Au! Bisse Glocke. Ich bin völlig da! Hallo, Alter! Na, komm schon, Alter! Ich muss nachladen! Kriege, ich bin tot! Nein, rette mich nicht! Da ist er unten! Scharfschütze! Okay.